Hier sehen Sie den Omnitrack 2 mit V-Probe von API. Das ist der einzige dynamische, kabellose und mit einer Probe erweiterbare Lasertracker mit hoher Genauigkeit und Reichweite zum Vermessen und Ausrichten großer Bauteile und Baugruppen. Interessant ist das für die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Schienenfahrzeug- und Windenergiebranche sowie für den hochgenauen Maschinenbau. Das Besondere an dem Lasertracker ist, Erstens, er ist schneller und aussagekräftiger durch dynamische Messungen mit bis zu 1 kHz. Zweitens, er ist hochflexibel einsetzbar durch kabellosen Betrieb, besitzt keinen Mindestmessabstand, dafür schnelles Autolock. Und drittens, höchste Genauigkeit und Reichweite im Betrieb mit der V-Probe. Der Omnitrack 2 von API bietet eine erhöhte Effektivität bei der Messaufgabe durch Verkürzung der Messzeit und bei gleichzeitiger Steigerung der Genauigkeit. Und drittens, hochste Genauigkeit und Kreuzung. Der Omnitrack 2 von Kapitel 1